Kurzer Hinweis, bevor es mit der regulären Folge weitergeht. Das DryMind-Programm hat ein riesiges Update bekommen und darin findest du jetzt wirklich alles, was ich über den Alkohol weiß. Du kannst das Ganze jetzt aber auch gratis in der Testversion austesten, mit 0% Risiko und 100% kostenlos. Einfach auf www.nie-wieder-alkohol.de gehen und einfach reinschnuppern. Also nochmal www.nie-wieder-alkohol.de und jetzt viel Spaß mit der Folge. Nüchtern betrachtet, der Nie-Wieder-Alkohol-Podcast. Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet und ich glaube, man kann es schon hören, ich bin nicht ganz gesund. Und ich liege jetzt seit zweieinhalb Tagen flach. Ich wollte aber jetzt irgendwie auch versuchen, diese Podcast-Folge nicht ausfallen zu lassen, da es scheinbar viele Leute gibt, die die dann pünktlich am Freitag auch hören und die auch einfach, naja, also denen, was im, wie es so schön heißt, also im Alltag fehlen würde. Von daher, die wird vielleicht nicht ganz so lang und ich will auch einfach nur einen Grundimpuls mitgeben, weil ich merke das zum Beispiel auch im Mentoring immer mal wieder. Ich merke das, wenn Menschen mir ihre Situation schildern und ich merke, dass das eigentlich schwierig zu erklären ist, wenn es auch generell um Belohnungssysteme und solche Dinge geht. Mir geht es darum, um dieses generelle Bild und das Verständnis davon, dass man selber in so einer Bubble sitzt, das habe ich hier schon oft angesprochen, aber diesmal im Bild einer Käseglocke. Also wenn ich überlege, und dann nehme ich jetzt mich mal als Beispiel, wenn ich überlege, was ich früher, wie ich früher so die Welt gesehen habe, wie ich so durch die Welt gegangen bin und was mir so wichtig erschienen ist, dann war ich unter einer großen Käseglocke und war also vom äußeren Leben komplett abgeschnitten. Ich weiß nicht, Entschuldigung, da ist das mit dem etwas kränklich sein, wer das Buch oder die Serie, The Dome, glaube ich heißt es, kennt. Das ist nach einer Vorlage von Stephen King, bin ich nicht völlig irre. Da geht es um eine Kleinstadt, die, also Kleinstadt weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall eine Stadt, nicht so irrsinnig groß, mehr oder weniger auf dem Land gelegen. Irgendwie, glaube ich, spielt es in den USA natürlich und dann ist auf einmal ein riesiger Deckel darüber. Man kann durchgucken, man kann aber nicht durchgehen. Man kann durchgucken, man kann aber nichts hören zum Beispiel und da gibt es so Szenen, da haben die gerade erst gemerkt, hä, irgendwas ist hier, wir kommen hier nicht mehr durch und dann will die Feuerwehr zur Hilfe eilen und die Feuerwehr sieht ja nicht, dass da diese Glocke ist. Und die von innen, innerhalb der Glocke, die schreien, ey, haltet an, haltet an, haltet an und dieser Feuerwehrwagen rast aber drauf zu. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der auch davor prescht oder ob der es noch rechtzeitig schafft anzuhalten, aber die Menschen innerhalb dieser Kuppel sind innerhalb dieser Kuppel und die anderen Menschen sind außerhalb dieser Kuppel und keiner weiß genau warum. Und so ähnlich, Entschuldigung bitte, ist das bei mir, wenn ich auf mein Leben gucke von damals genauso. Also vor allem, wenn ich auf mein Leben von damals und im Vergleich zu heute drauf gucke, weil damals habe ich ja alles nur innerhalb dieser Glocke getan und ich war ja alles andere als offen für irgendwas und ich habe auch keine Chancen außerhalb gesehen oder ich habe keine Möglichkeiten außerhalb gesehen und ich kannte nichts anderes, weil ich war ja auch irgendwie total gefangen in dem, was ich damals so war. Wenn ich davon ausgehe, dass mein Leben ja ziemlich vor die Wand gefahren war, dann habe ich nicht die Möglichkeit gesehen, dass ich das irgendwann wieder hinbekomme oder dass ich mich traue, das ohne Alkohol zu tun. Es kam ja, also diese Glocke war ja bei mir der Alkohol und deswegen war es normal und also rückwirkend, zumindest in einer gewissen rationalen Art und Weise verständlich, dass das immer mehr wurde. Dass ich, also dass es nicht mehr gereicht hat, nur nachmittags zu trinken, sondern dass es auch irgendwann dann in den Vormittag und dann irgendwie ab ersten Griff morgens in den Kühlschrank schon so passieren musste, weil ich habe mich ja nach und nach immer mehr von diesem, von dem Leben halt abnabeln müssen, um ja nicht wahrzunehmen, wie scheiße das Leben inzwischen ist, weil wenn ich was getrunken habe, konnte ich mir einreden, es stimmt noch. So. Und das ist das Ding, was viele Menschen machen, wenn die sich ein nüchternes Leben vorstellen. Ich habe ja auch ganz am Anfang, relativ am Anfang vom Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass man sich das ja alles so vorstellt, als wäre das Leben danach abgeschnitten. Und als könnte man nie wieder, keine Ahnung, im Sommer jetzt an einem Grillfest teilnehmen oder als könnte man nicht mehr so als Männer jetzt mit den Jungs irgendwie raus oder mit den Mädels oder man könnte nicht mehr gesellig sein, man kann nicht mehr tanzen gehen, man kann, ne, man ist nicht mehr so mutig, man ist nicht mehr gesellig, solche Dinge. Und das halt sehr, sehr kurz gegriffen. Und ich darf ja inzwischen jetzt bald vier Jahre nüchtern sein und ich merke, dass ich immer mehr bei mir bin und dass ich immer mehr auf mich in Situationen hören kann, in denen ich mich früher immer abgetötet hätte. Also wenn ich jetzt früher auf einer Veranstaltung gewesen wäre, hätte ich mich ja schon vor der Veranstaltung auf Pegel getrunken und dann irgendwie versucht, mich innerhalb des Tages versteckt weiter auf Pegel zu halten, mit einem fürchterlichen Stress, mit einem tierischen Versteckspiel, mit einem Aufwand, der ist nicht normal. Auch dazu habe ich hier schon Folgen zugemacht, wo ich mal so einen Tag beschrieben habe. Heutzutage ist aber so, ich kann in so einer Veranstaltung, ist jetzt nur ein Beispiel, ne, aber ich kann, da kannst du auch Tag nehmen oder eine Interaktion mit jemandem, eine Aufgabe, vor der ich stehe, ist völlig egal. Ich kann da inzwischen rein und kann währenddessen auf mich hören und gucken, wie geht es mir denn damit? Was mache ich denn damit? Gebt mir das nahe? Raubt mir das Energie? Raubt mir das keine Energie? Kann ich damit was anfangen? Kann ich damit nichts anfangen? Bringt mir das was? Hat das irgendwas mit meinem Ziel zu tun? Hat das irgendwas mit dem zu tun, wie ich sein will? Und so weiter. All das, all diese Dinge, die ich da empfinden darf, die ich da inzwischen wahrnehmen darf, vor denen habe ich mich ja früher abgeschnitten. Also diese Dinge lagen alle außerhalb dieser Kuppel, alle außerhalb dieser Käseglocke. So ist es mit ganz vielen Lösungen. Also wenn jemand zum Beispiel trinkt wegen Sorgen, jetzt mal ganz, ganz allgemein gesagt, dann geht dieser Mensch davon aus, dass innerhalb dieser Käseglocke die einzige Lösung liegt. Und die ist dann in dem Fall Alkohol. Also weil das irgendwie verdrängt oder beim Verdrängen hilft, dass es dann Probleme gibt, dass man irgendwie meint, man würde kurz vergessen, dass es dieses Problem gibt und so weiter. Ähm, dann liegt diese Lösung nur innerhalb dieser Käseglocke, weil man nichts außerhalb dieser Käseglocke mehr kennt. Dabei ist es in Wahrheit so, dass zum Beispiel, wenn es jetzt mal angenommen ist, geht um ein Problem und du kommst mit dem Problem nicht klar. So, dann liegt die Lösung außerhalb dessen, zum Beispiel, dass du an deiner Resilienz mal arbeiten dürftest oder dass du auch ganz simpel Erfahrungen machen könntest außerhalb der Käseglocke, dass du einfach auch Probleme hinbekommst. Oder dass es okay ist, dass man mal nach Hilfe fragt und dass man auch Hilfe bekommt, wenn man nach Hilfe fragt. Ähm, oder dass es okay ist, zu Gefühlen zu stehen oder dass es, äh, angebracht wäre, weil ich das ganz oft habe von, von jungen Müttern zum Beispiel, die völlig überfordert sind, äh, Job, Frau sein, Kinder, Mutter sein, alles mögliche, Ehefrau sein, vielleicht noch Partnerin sein, äh, Freundin sein. Da kommt so viel dazu, ähm, dass ganz oft dann, wenn die Kinder im Bett sind zum Beispiel, dann, äh, zum Glas, zur Flasche, was auch immer gegriffen wird. Ähm, und dabei wäre, das ist dann die Lösung innerhalb der Käseglocke. Außerhalb wäre die Lösung zum Beispiel, also eine der möglichen Lösungen, entweder tatsächlich sich Entlastung zu holen, nach Entlastung zu fragen oder ganz gezielt dafür zu sorgen, dass diese Person an anderer Stelle Energie zurückbekommt. Sei es durch ein, durch eigene Auszeiten, sei es durch keine Ahnung was, weil innerhalb der Käseglocke ist, heißt oder bedeutet die einzige mögliche Auszeit, ich schippere mir jetzt einen rein, dann kann ich ja vergessen, wie viel Stress das so alles ist. Während das ja sogar noch Energie frisst, während die eigentliche Lösung wahrscheinlich eher wäre, boah, wie finde ich denn zu mir, was tue ich denn mal, damit ich wirklich Energie bekomme? Nicht noch ein zusätzliches schlechtes Gewissen am nächsten Morgen, ähm, nicht noch weniger Schlaf am nächsten Morgen, noch mehr funktionieren müssen am nächsten Morgen und so weiter. Um dann wieder in das nächste, in den nächsten Abend reinzukommen und dann zu sagen, boah, ist mir alles zu viel, jetzt muss ich mir natürlich wieder einswitschern. Im Gegensatz zu, boah, was kann ich denn jetzt wieder tun, um Energie zu bekommen, so. Das heißt, man schneidet sich halt vollkommen von den, von den anderen Lösungen ab, also von allem, was außerhalb dieser Käseglocke liegt. Und meistens ist es in den Mentorings, da kriege ich ja so eins zu eins im direkten Feedback mit, ne. Natürlich funktioniert das auch oft über das Programm und dann bekomme ich oft Mails oder Nachrichten oder lese Kommentare, irgendwie sowas. Aber es gibt meistens irgendwie einen, so einen Moment, wo es das erste Mal so richtig Klick macht, so für einen selber, wo man versteht, was macht man denn dann da überhaupt die ganze Zeit? Und wieso macht man das und wieso lässt man sich das durchgehen und so weiter? Äh, und dann beginnt die erste eigene Überzeugung. Und wenn diese erste eigene Überzeugung passiert ist, dann fängt man an, diese Käseglocke wegzunehmen. Und wenn diese Käseglocke angehoben wird und man merkt, da kommt ja frische Luft rein. Und, äh, man kann zum Beispiel wieder nach ein bisschen, bisschen Kontakt zur Außenwelt nehmen und vielleicht, um in diesem Beispiel von der Serie von Stephen King zu bleiben, die von außen hören wieder, was ich sage. Man kann mich wieder hören, man kann mich nicht nur einfach wahrnehmen, sondern man hört mir auch zu. Man kann mir vielleicht zuhören. Ähm, dann ist es auf einmal eine völlig andere Perspektive, mit der man das Ganze sieht. Es wartet so eine große Welt außerhalb des Alkoholkosmoses, das kann ich überhaupt nicht in Worte fassen, da kann ich noch 300 Podcasts von machen. Es passt auf keine Kuhhaut, was da eigentlich auf einen wartet. Vor allem, wenn man es endlich mal geschafft hat, sich nicht selber von sich abzuschneiden, was natürlich das Ziel vom Alkohol ist. Der hätte natürlich total gerne, dass diese Käseglocke da bleibt, weil innerhalb der Käseglocke bist du von ihm abhängig. Innerhalb der Käseglocke hat er das Sagen. Innerhalb der Käseglocke weiß er, dass er gebraucht wird. Innerhalb dieser Käseglocke kann er überleben. Wenn diese Käseglocke mal angelüpft wird und von außen kommen ganz viele Impulse, die sagen, ey, du brauchst den Scheiß unter der Käseglocke doch gar nicht. Entschuldigung für den Scheiß, aber ich hoffe, ich darf hier nochmal reden. Ähm, dann wird es schwierig für den Alkohol oder für den schlechten Berater noch irgendwelche Argumente auf den Tisch zu legen, die tatsächlich Bestand haben. Innerhalb dieser Käseglocke konnte er dir ja einen vom Storch erzählen, weil du wusstest, du kriegst überhaupt keine anderen Infos. Du hast keine anderen Infos zugelassen. Du konntest gar nicht hinterfragen, was der dir so auf den Tisch legt und was er dir serviert. Sobald diese Käseglocke aber angehoben ist, merkst du, warte mal, es gibt ja noch ganz andere Informationsquellen. Es gibt ja noch ganz andere Möglichkeiten. Es gibt ja noch ganz, ganz viele tausende Wege, die ich ja sonst bestreiten kann. Ich brauch den Mist ja überhaupt nicht. Und genau das ist der Punkt, wo man anfängt zu verstehen, dass es vollkommen sinnlos ist, was man da tut. Und dass auch diese ganze Hoffnung und diese ganze Lösungshoffnung und dieser beschränkte Horizont auf ist, kann mir nur der Alkohol helfen, dass das nicht stimmt. Dass das nicht wahr ist und dass das nicht das Einzige ist, was zählt. Ja, und das wollte ich dir eigentlich tatsächlich heute mitgeben. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel gehustet bei irgendwas. Ich hoffe, dass ich dir auch diesen Gedanken ein bisschen mitgeben konnte. Ich habe jetzt ein paar Mal versucht, über Midjourney und Co. Bilder zu generieren, wo man so sieht, wie es aussehen könnte, dass zum Beispiel eine Frau unter einer großen Glasglocke sitzt, während sie so deprimiert ist bei sich und es ist alles so dröge und es ist alles eher träge und trist bei ihr unter der Käseglocke, während draußen das blühende Leben unterwegs ist und sie aber durch diese Käseglocke davon abgeschnitten ist. Hat leider noch nicht so ganz funktioniert. Ich habe noch ein Bild rausgefunden oder rausgerendert bekommen, was mir sehr gefallen hat, wo eine Frau sitzt, die einfach nur einen schwarzen Ballon quasi auf dem Kopf hat, weil die einfach nur in ihrer Welt ist. Die kriegt von außen auch nichts mehr mit. Das ist nicht genau das gleiche Bild wie die Käseglocke, aber es ist ein ähnliches Bild. Ich werde das versuchen, die Tage irgendwann zu posten. Falls du diese Folge immer viel später hörst, wirst du dann sehen, dass es auf Instagram irgendwann geklappt hat. Aber ich fand das Bild nicht sehr schön und ich wollte dir und euch heute hier dieses Bild mitgeben, dass außerhalb einer Käseglocke verdammt viel mehr wartet, als das, was unter eine so kleine Käseglocke passt. Vielleicht kannst du ja, wie gesagt, damit hoffentlich was anfangen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, trotz Schnupfen und Heiserkeit hier. Ich hoffe, wir hören uns nächstes Mal wieder, dann auch ein bisschen fitter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, die mir das allerbeste. Und ich freue mich, wenn wir uns auch das nächste Mal wieder hören. Bis dahin bleibe ich wie immer mit den letzten Worten. Und das heißt auch heute, Tschüss. Und das heißt auch heute, Tschüss.